Hallo bei Conny Canarias, ja hier in Maspalomas unterwegs und ich gehe jetzt einfach mal hier ein Stückchen am Strand entlang. Ja hier werden Fotos gemacht. So schauen wir mal was die Temperatur sagt, 22 Grad, ja es ist heute nicht so warm, aber gut wir wollen hier jetzt mal nicht meckern. So hier hat sich ein kleiner Pool gebildet. Ein kleines Becken hier, das ist doch was Feines. Ja ganz schön Wellen, oh da hängt ein Seil. So und da vorne ist es windig, kann man richtig gut von hier sogar erkennen. So heute geht es mal in den Senador, denn der Surfburger, die haben geschlossen, die haben Urlaub. Sowas muss auch mal sein. Ja man wird natürlich immer wieder nett gegrüßt, gerade von den beiden hier vor mir. Ja immer wieder schön. Ja die Leute freuen sich über unsere Videos und das ist doch das Wichtigste, dass es gefällt und uns macht es Spaß und ist doch was Schönes. Ja hier unser schöner Atlantik, der wilde Atlantik und natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Es sind jetzt auch in kurzer Zeit zwei Fischer verstorben, der eine ist vom Boot gefallen, der andere ist von irgendeiner Mauer gerissen worden. Also immer vorsichtig mit dem Atlantik. So hier haben wir den Senador und da werden wir uns jetzt ein Plätzchen suchen. Und ein bisschen was zu uns nehmen. Ja schöne Musik läuft hier, kubanische Musik, was tolles. Jetzt. So das sind die beiden, die mich gerade gegrüßt haben. Schönen Urlaub und bis zum nächsten Mal ja. Machs gut. Bis nächstes Jahr. Alles klar. Bis dann. Tschüss. So ich stell mal hier die Runde vor. Wer ist denn hier alles? Harry ist auch hier. Der Harry ist auch da. Echt? Hartmut, Antje, Dirk, Josi, Doni, Sonja, Hans und der Herr Kai. Ja und ich bin natürlich auch da. Und der Herr in Bund ist auch da. So ja, wir waren wieder mit netten Menschen im Senador. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, so das Grüppchen, das wird immer größer. Und ja, die Leute haben auch immer Spaß mit uns. Nettes Beisammensein. Und hier am Strand sind noch richtig viele Leute. So ja, hier haben wir auch den Surfburger im Moment geschlossen. Bis zum 20. glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, richtig schön hier. Vor allem ohne Wind. So und mit dem Blick hier sage ich dann auch Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles und zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.